Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit einem weiteren Aspekt des Urheberrechts, mit dem Bearbeitungsrecht. Darf man Werke anderer verändern? Das ist eine häufig auftauchende Frage. Grundsätzlich gilt, wenn man die Bearbeitung veröffentlichen will, ist dazu die Zustimmung des Urhebers nötig. Wenn eine solche Bearbeitung erlaubt wird und stattfindet, so entsteht wiederum ein neues Urheberrecht. Der Bearbeiter bekommt Urheberrechte. Was gilt als Bearbeitung? Bei der Frage, ob etwas eine Bearbeitung ist oder nicht, bleibt Spielraum für Auslegungen. Man muss zwischen Bearbeitung und Coverversion unterscheiden. Eine Coverversion ist die Neuaufnahme oder Aufführung eines alten, bereits veröffentlichten Titels. Während eine Bearbeitung einen schöpferischen Prozess durchgemacht hat, ist eine Coverversion lediglich eine neue Interpretation eines bestehenden Werkes, die sich kaum vom Original unterscheidet. Für eine Coverversion ist keine Genehmigung notwendig, wenn die Urheber des Originals Mitglied in einer Verwertungsgesellschaft sind. Und dies ist bei bekannten Titeln üblicherweise immer der Fall. Man kann eine solche Coverversion einfach live aufführen. Theoretisch kann man sie auch einfach aufnehmen und vertreiben. Es reicht hierbei, wenn man die Urheber anführt, man muss aber theoretisch keine Genehmigung einholen. Wahrscheinlich würden die Urheber und deren Vertreter aber behaupten, es handele sich um eine unerlaubte Bearbeitung oder eine Entstellung des Werkes. Darum ist es auf jeden Fall gut, wenn man sich vorher mit den Rechteinhabern einigt. Eine Bearbeitung bedarf einer Genehmigung des Urhebers. Und darüber, ob etwas eine Coverversion oder eine Bearbeitung ist, kann man vor Gericht lange streiten. Ebenfalls ist oft Auffassungssache, ob eine angeblich bearbeitete Version überhaupt eine Bearbeitung ist oder doch ein eigenständiges Werk. Wenn das ursprüngliche Werk sozusagen hinter dem neuen Werk verblasst, wenn man von sogenannter freier Nutzung spricht, braucht man für die Verwendung keine Einwilligung. Das heißt, dass das bestehende Werk als Quelle der Inspiration für ein eigenständiges neues Werk dient. Dabei darf aber zum Beispiel die ursprüngliche Melodie nicht mehr erkennbar sein. Zitatrecht In wissenschaftlichen Werken ist es selbstverständlich, dass aus Werken anderer zitiert wird. Ebenso selbstverständlich ist jedoch, dass man angibt, woher das Zitat stammt. Auch von Texten und von Musik darf grundsätzlich zitiert werden, aber die Auslegung dessen, was man darf und was nicht, ist bei Juristen sehr eng begrenzt. Voraussetzungen, dass man zitieren darf, sind unter anderem, dass das neue Werk selbst urheberrechtlich geschützt ist, dass das Zitat nicht zu ausführlich ist und dass das Zitat nicht verändert wird. Ein typisches Beispiel für eine Bearbeitung ist ein Remix. Besonders wichtig beim Remixen ist zu beachten, dass es nicht nur Urheberrechte an der Komposition gibt, sondern auch Leistungsschutzrechte an der Aufnahme. Wenn man fremde Aufnahmen verwendet, so bestehen an diesen üblicherweise immer Leistungsschutzrechte anderer. Wenn man zum Beispiel nur ein Snare-Sample aus einer anderen Aufnahme verwendet, so verletzt man damit nicht das Urheberrecht. Ein einzelner Snare-Schlag ist keine Komposition. Aber es gibt Leistungsschutzrechte an der Aufnahme. Wird eine ganze Melodie gesampelt, gibt es Urheber- und Leistungsschutzrechte. Das heißt, für Samples aus fremden Veröffentlichungen braucht man üblicherweise eine Genehmigung der Rechteinhaber. In manchen Musikgenres werden aber offenbar Samples ohne Ende geklaut. Nun, einerseits kann es sein, dass die Titel alle auf den Scheiben von Labels erscheinen, die letztendlich alle zu gleichen oder zu befreundeten Plattenfirmen gehören. Andererseits handelt es sich oft auch um Preset-Sounds von gewissen Synthesizern. Ein Synthesizer ist ein Musikinstrument. Die Preset-Sounds kann jeder verwenden. Es gibt außerdem auch zahlreiche Sample-CDs, mit deren Kaufmann die Lizenz erwirbt, diese Samples auch in Musikproduktionen einzusetzen. Und zuletzt, es gilt immer noch der Satz, wo kein Kläger, da kein Richter. Viele kümmern sich einfach nicht darum und riskieren, dass sie verklagt werden. Meist kann man sich mit dem Kläger aber auch finanziell einigen. Und in vielen Fällen ist vielleicht auch der Aufwand zu groß, nachzuweisen, ob ein Sample nun gestohlen ist oder nicht. Wenn es kein offensichtlicher Diebstahl ist und der Song ohnehin nicht besonders erfolgreich ist, ist es auch vielen vielleicht einfach zu mühsam, einen Prozess zu führen. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen, wie sich immer wieder zeigt. Was ist ein Plagiat? Klingt ein Werk als Ganzes, ähnlich wie ein bereits veröffentlichtes, so kann es sein, dass man wegen Plagiats verklagt wird, selbst wenn man das nicht vorsätzlich gemacht hat. Man müsste nämlich dann nachweisen, dass es eine zufällige Parallelschöpfung ist. Das ist aber kaum möglich. Und die Grenze zwischen dem einen und dem anderen zu ziehen, ist schwierig. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Für eine Bearbeitung braucht man das Bearbeitungsrecht. Für Cover-Versionen braucht man theoretisch keine Genehmigung. Zitate sind theoretisch ebenfalls möglich, dies ist aber mit Vorsicht zu genießen. Man kann auch ein eigenes Werk schaffen und sich von einem anderen inspirieren lassen, ohne Genehmigung. Das andere Werk darf aber nicht mehr erkennbar sein. Wenn man kurze Ausschnitte aus einem Song samplen will, braucht man immer eine Genehmigung. Hier können Urheberrechte und Leistungsschutzrechte verletzt werden. Bei allem, was das Verwenden von Samples betrifft, stellt sich aber auch die Frage der Nachweisbarkeit. Gerade wenn kurze Samples weiter mit Effekten bearbeitet werden, kann es schwierig sein, nachzuweisen, woher man das Sample hat. Bei kompositorischen Elementen ist zu sagen, dass jede Melodie und jeder Rhythmus schon irgendwie gespielt wurde. Es ist zum Beispiel wahrscheinlich sehr schwierig, ein Blues-Solo mit der Gitarre zu spielen, ohne Passagen aus anderen Songs zu übernehmen. Das heißt, man muss beim Komponieren nicht ständig Angst haben, aus Versehen etwas zu stehlen. Es ist durchaus normal, dass Titel innerhalb eines Musikgenres gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Man sollte aber auf keinen Fall bewusst und offensichtlich stehlen. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören. Bis zum nächsten Mal.